Hermann Friedrich Kohlbrücke Eine Predigt über Galater 3, die Verse 12 bis 14 Meine Geliebten, ihr wollet aufschlagen den Brief Pauli an die Galater. Kapitel 3, die Verse 12 bis 14 Das Gesetz aber ist nicht des Glaubens, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der am Holze hängt, auf das der Segen Abrahams unter die Heiden käme, in Christo Jesu, und wir also den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann haben wir stets wohl zu bedenken, wovon gehandelt wird. Zum Beispiel Wir handeln nun einmal darüber, dass der wahre Glaube unmöglich ohne Werke sein kann. Wir verteidigen also die heilsame Lehre, dass sie nicht sorglose und verruchte Leute macht, wenn sie sagt, dass die Gerechtigkeit allein aus dem Glauben hervorgeht. Da können wir den Kennzeichen der Gnade feststellen, woran man wissen kann, ob einer ein Kind Gottes, ob er begnadigt ist. Wir können auf die Werke hinweisen und zeigen, dass er diese Werke hat. Aber davon ist nun nicht die Rede. Wenn wir zum Beispiel lesen, das Gesetz ist nicht des Glaubens, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Da handelt es sich darum, dass man lebe und nicht sterbe, dass man vor Gott lebe, dass man vor Gott Gnade gefunden habe, dass man nicht entschlafen werde im ewigen Tode, sondern das, wenn man die Augen schließt, man in seiner Hoffnung sich nicht betrogen habe, sondern einen offenen Himmel und gnädigen Gott finde, dort oben. Darum handelt es sich hier. Ich sage, darum handelt es sich, dass ich lebe und nicht sterbe. Das ist, dass ich vor Gott gerecht sei, heilig und selig, obschon ich von mir selbst nichts anderes weiß, als dass ich mein Leben lang mit Gedanken, Worten und Werken nicht getan habe, was ich tun sollte, sondern das Umgekehrte. Ich habe Gottes Willen nicht getan. Ich habe sein Gesetz übertreten. Und das nicht allein, sondern obendrein finde ich bei mir, dass ich trotz aller Bekehrung der verkehrteste Mensch bleibe, dass ich täglich und stündlich in mir die Geneigtheit zu allem Bösen ertappe und dass ich keine Lust in mir finde, zu tun, was gut ist. Was nun? Nun muss ich vor Gott kommen. Es sei, dass ich gesund bin. Es sei, dass ich fühle, dass ich krank bin und an einem Tod denke. Das Gewissen ist ein wunderbares Ding. Das kann schlafen, dass es schläft. Aber oh weh, wenn es aufwacht, dann kommen allerlei alte und neue Sünden auf. Nun ja, ich will einerseits mit gutem Gewissen sagen, dass ich fromm bin. Ich glaube an Gott und an den Herrn Jesum. Ich verleugne die Welt. Ich bete und singe. Ich liebe die Brüder. Aber anders ist es doch, wenn ich mich so allein vor Gottes Gesetz finde und denke an Tod und Ewigkeit. Da bricht alles ab. Und ich kann nichts mehr festhalten, denn ich muss vor Gott erscheinen. Da komm denn und tröste mich damit, dass ich Gottes Wort rein gepredigt habe, dass ich den Armen wohlgetan, mich selbst verleugnet, die Brüder geliebt habe. Wird das helfen? Das wird weder dir noch mir etwas helfen. Das kann ich haften. Denn wenn ich auch wirklich etwas Gutes getan habe, ist es denn mein Werk und Tun? Wenn ich den Armen Gutes getan habe, woher kam denn das Geld? Habe ich es schlagen lassen oder hat es nicht Gott mir gegeben? Ist es denn nicht so etwas Großes, was ich anderen gebe im Vergleich mit dem, was Gott mir gegeben hat? Denken wir an das Gesetz. Das Gesetz will einen vollkommenen Mann mit vollkommenem Herzen, mit einem vollkommenen Leben. Das Gesetz kann nicht fragen nach Stückwerk, ob dieses oder jenes zum Teil bei dir gewesen sei, sondern das Gesetz verlangt das Ganze. Das weißt du auch wohl. Sonst würdest du dein Gewissen mit deinen guten Werken stillen. Aber das kannst du ja nicht. Solltest du vor dem Gesetz sagen, bedenke, wovon die Rede ist. Ich glaube? Davon will das Gesetz nichts wissen. Das Gesetz will die Tat. Das Gesetz sagt, wer das tut, wer das getan hat, der wird leben. So steht die Sache. Da mag man theologisieren, so viel man will. Ich komme auf den Punkt, dass ein Mensch vor Gott zu erscheinen hat, auf das er Gott rede, stehe über alles, was er ihm gegeben, wozu Gott ihn gemacht und berufen hat. Ja, wo man so gesund einhergeht, hat ruhige Tage und wird nicht getäubt. Da meint man alles zu wissen und denkt so an nichts. Da lullt einen der Teufel ein, dass man wie einem Schaf der Hölle entgegenträumt. Ist aber Gott dir gnädig, da wird er dich aufschrecken, dass der Teufel dich nicht einlulle. Da wird dein Gewissen dich verklagen, dass du wieder alle Gebote Gottes schwerlich gesündigt hast. Da stellt er dich vor Gottes Gesetz und vor Gottes Gesetz bringst du nichts fertig, nicht einen Seufzer, nicht eine Träne, nicht einen Schrei um Erbarmen. Vor Gottes Gesetz ist das alles nichts. Das Gesetz fragt, hast du es getan? Wer es getan hat, der soll Leben haben. Wer es nicht getan hat, der ist verflucht. Also, das Gesetz ist nicht des Glaubens. Das fragt nicht nach Glauben. Das fragt nach dem Tun. Lasst uns doch das mal alle erst anerkennen, auf das wir erstens vor Gottes Gesetz hinschwinden und zweitens auf den unerschütterlichen Grund des Lebens kommen. Bei dem Gesetz ist kein Leben. wenn ich mit Tugendhelden zu tun habe, wenn ich mit frommen, braven, ruhigen, sittlichen Leuten zu tun habe. Nun, die können alle schlafen und schnarchen. Ich aber habe mit Gott zu tun. Ich habe mit mir selbst zu tun. Ich habe mit diesem oder jenem Bruder oder Schwester zu tun, welchen wir holfen werden soll, auf das sie durchkommen. Nun, hast du was? Hast du ein einziges gutes Werk? Sage an. Ich habe nichts mehr. Habe gar nichts aufzuweisen. Ich habe alles verdorben, was ich je in den Händen gehabt habe. Es ist alles wieder fort. Und dagegen, mein Gott, mein Gott, wenn ich bedenke, was ich begehen kann zu derselben Stunde, wo ich aufschreie um Erbarmen. Das Gesetz ist nicht des Glaubens. Sage nicht, ich glaube. Wenn du auch nur eine Träne, nur etwas Gutes vor Gott in Rechnung bringen willst an jenem Tage. Das Gesetz fragt nicht danach. Da stehe ich denn also und sage mit dem Apostel, ich bin verflucht. Verflucht? Ja, vor dem Gesetze verflucht. Was ist das? Das ist von dem Gesetz verworfen, von Gott verworfen und dem Tode, der Hölle und der Macht des Teufels dahingegeben. Gott will mich nicht mehr sehen. Gott will nichts mehr von mir wissen. Er hat mich verworfen. Gott ist es, der gesagt hat, verflucht ist jedermann, der nicht bleibet in alledem, was geschrieben steht im Buche des Gesetzes, das er es getan habe. Jedermann ohne Unterschied, spricht er. Und dabei geht es um alle Worte des Gesetzes. Hätte ich auch alle Worte des Gesetzes gehalten und ich komme zum Letzten, zum Zehnten, dann bin ich doch verflucht, wenn das Gebot vom Sinai mir im Ohr donnert. Lass dich nicht gelüsten. Und wie kommt da alle böse Lust auf eben da, wo dieses Gebot kommt. Da ist ein Mensch gerade wie ein verkehrtes Kind. So ist es ganz artig und es kommt ihm etwas in den Weg, so ist es mit einem Male die Hölle los, sodass man fragen möchte, wie ist es möglich, dass in einer Minute das Herz so und wieder anders stehen kann. Das Gesetz ist nicht des Glaubens, sondern was sagt das Gesetz? Wer das tut oder getan hat, der wird dadurch leben. Nun, so muss ich sterben, denn ich bin verflucht, ich bin von Gott verworfen, verworfen von seinem Angesicht. Das ist nun nicht eine Predigt in Phrasen, sondern es ist Wahrheit, wie wir in unserem Inneren fühlen sollen. Man sieht es so leicht nicht ein, weshalb man oft zu Dürr und Tod einhergehen kann. Es geschieht, weil man es nicht will gelten lassen, dass man verflucht ist von Gott. Da hört es denn auf mit allem Leben, das man in eigener Hand hat, mit allem Glauben, der nur aus dem Munde hervorgeht, mit aller Kraft, dass man meint, man könne etwas. Man wird ein miserables Ding. Welches nichts als Tod und Verdammnis vor sich sieht. Wir beugen uns unter den Fluch, wir erkennen es an vor Gott und seinem Richterstuhl, dass wir Fluch und verdammungswürdig sind, dass wir den ewigen Tod verdient haben und unterschreiben dies mit unserem Blute. Was sind wir denn? Dann sind wir an und für sich gottlos, nackt, entblößt, hilflos, haben nichts, können nichts. Aber eben da haben wir nun das Licht, das ewige Licht, welches hineinscheint in unsere Finsternis, das ist Christum Jesum. Hast du den ewigen Tod verdient? Erkennst du das, angesichts des Todes deiner Sünden wegen? Erkennst du es an, dass du rechtmäßig vor dem Gesetze verflucht bist, nicht wahr? Dann kannst du dir nicht helfen, ich dir auch nicht. Aber eines will ich dir noch sagen und vorhalten, den Namen Christum Jesum, den Sohn Gottes. Was hat er getan? Er hat nicht allein deinen Fluch von dir genommen, sondern er ist dein Fluch geworden. Was du bist vor dem Gesetze, das ist er an deiner Stadt vor dem Gesetz geworden. Das ist eine wunderbare Liebe. Er nimmt dich und setzt dich beiseite, tritt auf dem Gerichte und sagt, der Fluch, womit du diesen Ärmsten verflucht hast, dieser Fluch bin ich. Er stellt sich Christus vor den Richterstuhl Gottes, nicht als einer, welcher für uns Sünde gehabt hat, sondern als Sünde, sodass er um und um Sünde ist und der Allerelendste, der Größte aller Sünder. In Wahrheit ist er heilig und unschuldig, aber er tritt auf, das sagt dir das Evangelium, verlegene Seele, er tritt auf an deiner Stadt und spricht, alles, was dieser Mann, dieses Weib getan hat, das nehme ich auf mich. Alle deine Sünden, von Jugend auf begangen, ich nehme sie alle auf mich. Den Fluch, welchen dieser Mann, dieses Weib verdient haben, lasse ich auf mich kommen. So predigt das Evangelium. Christus ist ein Fluch geworden für uns. Für uns, das ist an unserer Stadt, also nicht für gerechte, brave, sittliche Leute, sondern für uns, die wir verflucht von dem Gesetz, die wir ewige Verarmleitung verdient haben und verdienen, die wir total fluchwürdig sind, sodass der Teufel sozusagen die Türe des Himmels zuhält und sagt, der soll nicht hinein. Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Dieser Fluch ist ein eisern Band, das nicht zu zerhauen noch zu zerbrechen ist. Was das Gesetz verflucht, ist ewig verflucht. Und wer nun kommt und diesen ewigen Fluch aufheben kann, dieses eiserne Band zerhauen und zerbrechen, das ist mir ein Held. der muss ein wahrhaftiger Gott, stärker, denn alle Kreaturen und wahrer und gerechter Mensch, sodass er selbst den Fluch nie verdient hat, sondern er ist des Segensborn. Aber was er getan hat, das hat er getan und tut er aus Liebe zu dem Vater und zu den Brüdern, die der Vater ihm gegeben, zu diesen verlorenen, armen Menschen, von denen er gesagt hat, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dass Christus ein Fluch geworden ist für uns, davon haben wir die trostvolle Frage und Antwort im Katechismus. Ist es etwas mehr, dass er gekreuzigt worden, denn so er eines anderen Todes gestorben wäre? Und die Antwort lautet, ja, denn dadurch bin ich gewiss, dass er die Verarmleitung, die auf mir lag, auf sich geladen hat, die weil der Tod des Kreuzes von Gott verflucht war. Nun, ist Christus den Tod des Kreuzes gestorben, so ist er diesen Tod gestorben als ein Fluch. Nun verdiente er den Fluch nicht, wie ist er denn ein Fluch? Dann ist er, ja für mich, Fluch und verdammungswürdigen, ein Fluch geworden. Dann hat er den Fluch weggenommen von seinem Volk und auf sich geladen, nach Gottes, des Vaters Willen und Wohlgefallen, wie geschrieben steht, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und nachdem der Herr, Gott der Vater, unser aller Sünde auf ihn geworfen hat, hat er als das Lamm Gottes die Sünde getragen und weggenommen, von seinem Volke hinweg. Es lag so in Gottes Rat. Gott hat es gesagt in seinem Gesetz, verflucht ist jedermann, der am Holze hängt. Gott muss wissen, was er gesagt hat. Da sollen die Sophisten nicht dazwischen kommen, dies auszulegen von diesem oder jenem Mörder, sondern, wenn Gott sagt, verflucht ist jedermann, der am Holze hängt, dann sieht er auf den, der am Holze hing, woran Adam hängen sollte, oder David mit seinem Mord und Ehebruch, oder woran Petrus sollte gehängt werden, der seinen Herrn und Meister verleugnete, oder woran der Schecher ewig sollte hangen, wenn nicht Christus für ihn gestorben wäre. Hängt Christus am Kreuze, dann hängt er da als ein Scheusal. Ehebruch, Mord, Lästerung, Dieberei, böse Begierde, Summa Summarum, alles, was in Fleisch und Blut steckt, das hängt alles am Kreuze in Christo. Wenn denn alles mich verdammt, so werfe ich mich zu den Füßen seines Kreuzes hin und spreche, da, Herr Jesus, da bin ich, das bist du für mich gewesen, du bist meine Sünde, ich weiß wohl, warum du ein solcher Fluch geworden bist, du stirbst nicht, auf das du im Tode bleibst, oder das ich im Tode bleiben sollte als Verbrecher, sondern du stirbst, um den Fluch aufgehoben zu haben und zu kommen mit deinem Segen. Nochmals die Werke kommen gewisslich her aus einem rechten Glauben, denn das kein gerechter Glaube wäre, denn man die Werke wollt rauben. Aber hier geht es darum, dass du vor Gott zu erscheinen hast, dass du den Tod vor Augen hast, das Gewissen beschwert dich und deine Angst ist groß. Der Teufel nimmt dir allen Trost hinweg und wirft die Blenden zu, dass du ja da soll man Christum im Glauben umfassen. Der hat den Fluch getragen und zwar nicht so, dass es bloß heißen sollte, er nimmt den Fluch hinweg. Das würde mir nicht helfen. Wenn Gott zürnt und sein Zorn aufhört, dann bin ich doch ein armer Mensch. Er muss mehr tun. Er muss mit seiner Gnade kommen und in seiner Gnade mich aufnehmen an sein Herz an seinen Tisch. So werfe ich mich denn nun vor seine Füße und halte mich fest an ihm, ohne etwas zu sehen, ohne Licht und Trost zu fühlen, schreie aber, mein Heiland bist du doch, ich lasse dich nicht. Und er, der deinen Fluch getragen hat, gibt dir auch seinen Segen. Was ist das? Das will ich sagen, er heißt dich gut, er nennt dich sein Kind und seinen Diener, er wird dir ewiges Leben geben und heißt dich gerecht und heilig und vollkommen vor ihm. Amen.